Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4 mit dem Verhaber DLC. Genau Phantasiens guckt sich hier schon um. Blutdeath hatte mir mal gesagt, dass in der Nähe vom Leuchtturm irgendwas noch zu entdecken wäre. Jetzt weiß ich nicht, ob er damit den Steinbruch meint. Oh Gott, was ist denn da auf dieser Insel? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber ich geh mal da hin. Bücke mich. Bücke mich, ja genau. Hol die schöne Waffe raus. Eigentlich, wartet mal, wo ist denn meine Waffe? Die, die Dings hier? Genau. Was war das? Ich weiß nicht wieso, aber die Nebelkriecher machen mir Angst. Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Kommt der hier nicht rüber? Der kleine Racker. Ich krieg den aber auch nicht erfasst. Na, wo ist er? Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Kannst du eigentlich nur reden, Nick? Ja, keine Ahnung, die Musik ist weg. Guck mal, der hat mich nicht gesehen. Wie ist der doof? Doch, jetzt hat er mich gesehen. Aua! Geh weg! Aua! Nein, 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 nein. Der kann ja ans Wasser. Ah, ich komm wieder nicht rauf. Äh, Nick, hab ich dir irgendwie eine Waffe weggenommen? Verdammt. Ist nicht gut. Äh, Nick? Nick? Was ist denn los? Psst! Schieß los! Suchst du was? Ja, ich hab dir Tüfte Tom spezial gegeben. Ähm, Patronen. Hast du eigentlich keine Patronen mehr? Ähm, wartet mal. 50er. Ja, dann geb ich dir nochmal Patronen. Komm, ich geb die 30. Mal gucken. Ach so, die musst du ja auch ausrüsten, ne? Hey! 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 Ich bin sehr weit. Ja. Aha. Wie war's das, Hofer? Wie schön. Oh je. Oh je. Kampflinter. Ach je. Das tut mir jetzt aber irgendwie leid. gut. Gut, also auf dieser Insel scheint nichts zu sein. Nichts weiter. Was ist denn da drinnen nochmal? Keine Ahnung. So. Oh, kommt irgendwie hier rauf, oder? So. Docks von Fringe Cove. Docks von Fringe Cove. Wow. Wo kommt der denn hoch? Ach, von hier. Wo kommt der denn hoch? Alter Schweder. Wenn hier nicht noch Meierlochseier sind. Oh. 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 Der war leicht verwackt. Wow. Blutrünstiger Meierlochse. Sieht doch aus. Oh. 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 Tja, da war ich schon ein bisschen schneller, hä? Wo sind meine Kronkrocken? Da. Schlüsse für Docks von Fringe Cove. Ich höre noch Meierlochse. Ich höre sie. Da. Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Irgendwie sind die zu leicht. Aber ich will ja nicht meckern. Aber ich will ja nicht meckern. So, dann schaue ich mich mal hier so ein bisschen um. Komm ich da rauf? Ich komme dann. Ich komme dann leider. Doch. Ein paar sind strenglich an. Ja. Einmal im Kreis gelaufen. Ja. Bin ich. Heute ist wieder sehr schön hier in Vorhaber. Es ist angenehm hell. Na. Erstmal kein Besuch aus der Vergangenheit. Was? Ach so, ja. Im Ventilator. Ich verstehe. Was? Okay. Es ist angenehm. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ist da noch was drin? Dankeschön. Habe ich da was gerade übersehen? Eine leere Mitchflasche. Ist da was drin? Ja. Wie komme ich denn da hin? Ich werde da hinkommen. Achso. Ah! Mist. Was war das denn jetzt? Ich höre irgendwie so ein... ...so ein Brumm. So ein... ...naja. Okay. So, auf dieser Insel war ich doch schon. Sehe ich das richtig? So, ihr seid tot. Kann ich da rein? Nee. Ach, sieh mal einer guck. Ich kann aber da hoch, oder? Hallo. Dann geh ich halt hier durch. Was soll der da jetzt? Ha. Okay, hier ist eine Fursionsständer. Ich trage schon wieder zu viel. Habe ich gar nicht mitbekommen. Achso, hier war ich doch schon drin. Guck mal her. Aufgepasst! Ich bin ganz ohr. Hier ist mein Angebot. Hm. Du gehst erst mal mein Angebot. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Okay, vielleicht sollte ich aber nach... ...da gehen. Nochmal. Ich weiß es nicht. Denn ich weiß tatsächlich nicht, ob ich jetzt schon entdeckt habe, was... ...wora von mich hingewiesen hat. Ohne zu spoilern natürlich. Aber eigentlich ist es nicht mehr so wirklich in der Nähe von, ha? Na gut, dann... ...werde ich... Achso, ich habe es gar nicht angeklickt. Ja, schon gut. Oder wartet mal. Wo ist das denn? Ach, da oben? Äh, no way. Erstmal nicht. Gut. Gut, ähm... Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ah, das ist eine Kiste. Ah. Gut, jetzt macht nichts. Dann sammle ich die schnell ein. Hallo. Danke. Boah, jetzt kommt wieder so ein blöder Sturm. Und es war gerade so schönes Wetter. Oh, der packt leicht in der Luft. Okay. euer Sohn. Oh, der packt leicht in der Luft. Mann. So, gleich bin ich da. Boah, ich lerne es nicht. Ich nehme immer halt die beschissensten Wege überhaupt. Dabei war meine Orientierung, als ich noch jünger war, weitaus jünger, so gut. Ich habe selbst meine Mutter früher nach Hause bringen können, als kleines Mädchen. Und heute kriege ich gar nichts gebacken. Ja, warum komme ich eigentlich immer von oben? Ist doch echt nicht normal. Naja, wozu aus? Die Rüstung ist cool. Also vor allem die Bemalung. Ja gut, dann gehen wir jetzt rein. Gibt der Mai die Quest ab. Wurde hier schon alles abgeholt? Ach, kann ja gar nicht. Oh, ich Idiot. Okay. Abgeholt. Ich habe doch gar keinen Submit Spieken da gemacht. Lässt ihr mich mal durch... Ja. Schwester Mai? Es ist gut, Schwester Gwyneth zurückzuhaben. Also, willst du die Waren sehen? Aha. Ich habe endlich den Regulator aus der Wim-Pop-Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Okay. Ähm, du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen? Oder ich überrede sie mit, ähm, ich habe einiges für dieses Ding riskiert, ähm, das ist ein paar Kronkrocken wert, aber das mache ich nicht. Vielleicht ein anderes Mal, natürlich kein Problem. Ich frage natürlich erst mal. Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen? Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst? Ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Könnte man die Umgebung aufheben? Könnte man die Umgehung aufheben? Ach, Umgehung. Genau, theoretisch, wenn meine Konstruktion versagt. Was sein kann. Aber das würde ein paar nasse, verärgerte Kinder des Atoms bedeuten. Aber wir wissen erst Bescheid, wenn dieser Regulator eingebaut ist. Also, kümmere dich doch um dieses verlorene Teil. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Radikale Bekehrung. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Wow. Cool. Dankeschön, Mai. Bau den Regulator ein. Gut. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Aber... Fahrhaber wird Atomszaun spüren. In den Kommentaren hatte ich wieder einen... Ein... Ein... Hinweis bekommen, nochmal in das U-Boot zu gehen. Und zwar nochmal... Ich glaube... Wartet mal kurz. Wo war denn das? Genau. Ähm... Und zwar... Sollte ich nochmal dahin gehen... Wo keiner schlafen will. Das Wort des Hohen Beichtvaters ist das Wort Atoms. Vergiss das nicht. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wo das genau war. Warum weisen die Bürger von Fahrhaber Atom zurück? Wollen sie die Welten in sich nicht freisetzen? Wartet mal. Ich nehme mal ein Dingsbums. Ein Redex. Habe ich sonst noch irgendwas Schönes? Nicht. Sieht nicht so aus, oder? Nee. Okay. Also, nochmal... So, hier ist eine Matratz. Also, das ist keine Matratz. Das ist ein Bett. Jetzt gucke ich mir nochmal alles an. Drehstabkopf. Solange du das Zeug trägst. Ja, ja, mache ich schon. Okay. Das ist aber hier nicht das... Dingsen. Moment. Wo ging es nochmal... Ach, hier. Irgendwo hier war eine Matratze. Richtig? Richtig. Irgendwo. Wo war die denn? Wo war die denn? War die da drinnen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Wo war die denn? Ach, da. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Ja, ja. Komm schon. Ja, und was soll jetzt hier sein? Ach. Nee, wartet mal. Hier. Edgars Notiz. Oh, Mann. Oh, Mann. Meine liebe Orbert, du machst dir zu viele Sorgen. Selbst wenn der hohe Beichtvater meine enge Freundschaft mit Martin nicht akzeptiert, es richte ein Freund. Wenn es ein Problem gäbe, würde es mir der Großfanatiker sagen. Abgesehen davon sollten wir weiterhin unsere Truhe im Lagerraum nutzen, um Nachrichten auszutauschen. Du weißt, wie schnell sich hier Gerüchte verbreiten. Ich will nicht, dass du in irgendwelche Intrigen hineingezogen wirst. Und falls dein Schlüssel mal wieder verschwunden ist, habe ich hinter einer Bank im Eingangsbereich der Umkleidung einen Ersatzschlüssel versteckt. Für alle Fälle. Ich zahle die Augenblicke, bis wir uns wiedersehen. Edgar. Wartet mal. Also. Schlüssel hinter einer Bank im Eingangsbereich der Umkleide. Okay. Unsere Truhe im Lagerraum. Abgeschlossen. Öffne Edgars und Orberts Truhe. Aha. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder nach oben. Dankeschön für den Tipp, dass ich nochmal hier nachschauen sollte. Ich hätte es echt nicht gefunden, ne? Ich dachte, es war hier ein Back oder so. Und das nehme ich auch nochmal mit. So, schnell nach oben. Oh mein Gott. Ähm. Right away. Komm schon her. Woher soll ich stehen? Nein, hat Nachtsicht. Ah, ich wünsche einen Topf. Ah, komm. Ich sehe sehr gut aus, glaub mir. Quatsch. Wartet mal, ich habe ja noch die eine oder andere Quest offen, oder? Wartet mal kurz. Ne, habe ich nicht. Äh. Truhe Eingangsbereich. Was machst du da? Ups. Ups. Ich habe mit Orbert gesprochen und sie dazu gebracht, ihre Abneigung dir gegenüber offen zuzugeben. Erstmal nicht. Oh mein Gott. Warte mal, kann ich nochmal speichern vorher? So. Ich habe mit Orbert gesprochen und sie dazu gebracht, ihre Abneigung dir gegenüber offen zuzugeben. Hm. Überrascht mich nicht wirklich. Aber das dürfte wohl vielen Mitgliedern der Familie so gehen. Setze deine Suche fort. Komm zu mir, wenn du etwas Handfesteres hast. Onik, I'm so sorry. Gefriesen sei ab, mein Kind. Ja, ja. Brauchst du etwas? Truhe. Eingangsbereich. Aber die meinen jetzt hier nicht diesen Eingangsbereich, oder? Nein. Ich denke nicht. Gehen wir einmal raus. Hier ist die Umkleider. Wartet mal. Thronschlüssel. Öffne Edgars und Orbears Truhe. Ist ja ein Ding. Meine Güte. Ach so, warte. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. So, und jetzt muss ich nochmal nach oben. Echt? Ich muss da wieder rein? Ich bin verwirrt. Alles klar, meine Lieben. Ähm. Muss ich einfach wieder runter? Ach, ihr seid doch echt fertig. Gut. Also, ich werde mich jetzt hier hinsetzen. Und werde für heute die Folge beenden. Ich danke euch fürs Zusehen, für all eure Kommentare und eure Likes und für das eine oder andere Abo. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.